Hey, du bist doch der Anzeigen-Hauptmeister! Hey, das machst du nicht so! Mit nichts und niemand wird man mich irgendwie aufhalten. Und es haben schon einige versucht mich oft zu halten. Nee, der hat ja eine geknallt. Was sagen Sie zu dem Anzeigen-Hauptmeister? Wieder, wieder, wieder. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen woanders, nur in Hamburg. Verstehst du mich? Bitte, Jungs, jetzt. Solche Szenen, die wir heute hatten, hast du die auch mit Spiegel-TV gehabt oder nicht? Nö. Was haben wir jetzt gemacht, Mensch? Mach mal Anzeigen, unbekannt. Ich drehe jeden Cent dreimal um, auf dem ich stinkreich bin. Bist du reich? Ja. Nö. Ja? Leon Mascher auf dem Kanal ist ein bisschen mehr Pulver. Ja. Das gibt's nicht. Das gibt's. Das gibt's doch nicht. Yo, was geht ab, Leute? Leon Mascher mal wieder hier am Start, hier in Hamburg City. Ich würde mal sagen, es wird wieder Zeit für ein geiles Street-Video. Heute gehen wir raus und schreiben mal ein bisschen hier die Autos auf, ne? Der steht da komplett verkehrt hier schon. Nee. Das ist eine Eindrucksfahrzeug der Polizei. Die haben noch § 35 StVO Sonderrechte. Ich glaube, ich zeig dir heute mal, wie man das richtig macht. Warte, fuck, ey. Ihr könnt sich aus, ey. Wollen wir das zusammen machen? Können wir machen. Wo bin du? Anzeigen Hauptmeister Mattei. Salam alaikum. Ja. Let's go. Fans sind das. Fans. Dürfen die ein Foto machen? Ja, na klar. Wollen wir ein bisschen Geld von denen kassieren? Wie du willst. Okay, Jungs. Einmal jeder 1 Euro hier. Der muss auch was in die Storno-Kasse hier, ne? Hat ihr ein bisschen Kleingeld hier? 5 Euro, 2 Euro? Wenigstens 50 Cent, Jungs. Ich bitte euch, ey. Hab ich, hab ich, hab ich. Danke, grazias, Alter. Fotos musst du auch mal Geld kosten, oder? Ja. Das wär auch mal eine Marketingstrategie. Jungs, da seh ich schon mal, 5 Cent passt auch. Und, und, grazias. Packen wir hier in die Storno-Kasse, oder was? Da ist mein Handy drin. Oh, wo soll man? Ich glaub, wir machen das mal hier zur Kasse. Heute wird richtig Kohle gemacht. Ich weiß nicht, wie wir Geschäfte machen. Machen wir hier besser. Können wir ein Foto machen? Ja, klar. Zusammen können wir Großes erreichen, oder? Ja. Du machst einmal dein Straßengeschäft. Ja. Ich hol dir die Fans ran, dann Kleingeld in die Klimpertasche. Ja. Was machen wir, wenn die Tasche voll ist? Dann holen wir uns eine neue Hose, ey. Oder wir holen jemanden, der die Geldtaschen trägt. Oh, no. Erster Treffer. Was machst du denn jetzt hier? Fotografieren. Parkt verbotswidrig auf der linken Fahrbahnseite. Das geht absolut nicht. Genau. Darf ich mal hinterher treten kurz? Könnte Sachbeschädigung sein. Da könnt ihr ja sagen, jetzt ist ein Plattentorf oder so. Bin ich jetzt kriminell? Ja. Aber ich glaub, dass wenn der das sehen würde, ich glaub, der hat keine Ahnung, was wir hier machen, weil das ist ja kein deutsches Auto. Ach, die aus dem Ausland. Die fahren und parken, wie sie wollen. Ja, ne, in Polen ist es ja üblich zum Beispiel, dass man da auch links parkt. Kollege, ich glaub, du fährst etwas zu schnell da hinten. Das musst du mal kurz aufschreiben. Kennzeichen ist drauf. Ah, der hat nicht mal ein Kennzeichen. Sag mir ruhig Bescheid, ne? Du kannst mich immer korrigieren. Dafür bist du ja da, ne? Ja, na klar. Mein Adlerauge sagt, da hinten stimmt was nicht. Ja. Ich glaub, das Ordnung ist an dir fällt das nicht so. Was ist hier jetzt das Problem? Missbrauchter Warnzeichen. Also ich denke mal, theoretisch wird sicherlich ein absolutes Haltverbot sein, aber die Schilder sind zur Seite gedreht. Die sind für mich nicht gültig, wenn die so zur Seite gedreht sind. Von daher haben wir ja nur ein Missbrauchter Warnzeichen. Nur mal ne Frage, ne? Kriegst du eigentlich eine Provision von jedem Schein? Nein. Echt nicht? Keinen Cent. Gehst du manchmal ins Casino? Nee. Darren? Novolein? Bokofra? Hä? Bokofra? Was? Achso. Versteh nur Deutsch. Wollen wir mal später? Was? Wollen wir mal später ins Casino gehen? Ach nee, ich verspende dafür mein Geld nicht. Das hier ist ein Parkstreifen oder was? Das weiß ich nicht. Die Schilder widersprechen sich ja irgendwie. Das ist, ich bin auch grad überfordert. Ja, ich auch. Das eine Schild sagt, parken auf dem Gewicht mit Parkstreifen und das andere sagt, absolutes Halteverbot auf dem Seitenstreifen. Das widerspricht die doch hier. Grüß euch, Männers. Also die Stellung ist schon ein bisschen überfordert hier, ne? Naja. Man muss sich halt nur die Beschilderung angucken. Jetzt hab ich's kapiert. Jetzt hast du's kapiert. Kollege? Sind Sie hier am Laden? Zeigen Sie mal hier ein Kopf. Wo denn? Das ist eine Ladezone Halteverbot, ne? Das würde ich nur mal kurz anmerken, ne? Time is money. Der Lieferant sieht mir ganz danach aus. Der? Ja, definitiv zweite Reihe. Definitiv. Das ist einer zu viel hier. Hier ist der Fahrradweg. Ja, richtig. Und der steht mitten auf der Straße. Das ist eine Zwei-Bahn-Stelle. Das schickst du dann später der Polizei oder wo? Wie machst du das? Ordnungsamt. Und wann kommt der da an? Die kennen dich alle, die Polizisten, ne? Ja. Grüß dich. Wir haben Sie hier abfotografiert, ja? Das wird in Ordnungsamt weitergegeben. Soll ich denn machen? Oh Gott. Verstehe ich. Aber der Anzeigen-Hauptmeister? Ja. Sie haben auch nicht. Also gut erklärt, dass der das löscht. Und? Ja. Ich hab ihm gesagt, die Anzeige ist raus. Das Foto wird abgeschickt. Ja. Und hab ihm das gesagt, ne? Sowas hab ich auch noch nicht gesehen woanders nur in Hamburg. Dass man jetzt neuerdings den Gehweg wischt. Sollen wir mal kurz aufschreiben? Wozu? Jetzt hab ich den Dreh raus. Der hat kein Rutschschild hier. Da muss man nachweisen, dass das rutschig ist. Ist. Wenn ich da gleich rübergehe, fall ich hin. Sicher. Sollen wir mal kurz. Ach. Ich dachte wir machen die Schwalbe. Er hat sich fallen lassen. Du reinigst die Straßen, oder? Ja. Du filtest das, was die Polizei nicht schafft. Genau. Das heißt, du bist besser als die Polizei. Naja, die Polizei ist halt dafür wiederum bei anderen Sachen, wo ich halt nicht anwesend bin. Manchmal sind wir auch zufällig sogar zeitgleich beim gleichen Vergehen. Das kommt auch mal vor. Ach so. Können wir bitte ein Bild machen? Ja, können wir machen. Dankeschön. Jungs, für jedes Foto gibt es ein bisschen Kleingeld hier. Ja? Kann man sagen, die klauen gerade unseren Job hier? Wollen wir das? Wir nehmen auch gerade hier den Auftrag entgegen, ne? Also wir geben zuerst ab. Genau das ist ein Zufall, was ich meine. Ja. Dass es auch mal vorkommt, dass wir zeitgleich da sind. Ja, mit dem Ordnungsamt, ne? Genau. Aber soll ich dir mal was sagen? Ja. Die sehen nicht gut aus. Wir sehen richtig schön aus in Neon hier. Die sehen besser aus. Ja. Wir sind professioneller. Richtig. Guck mal hier, volle Equipment hier. Ja, richtig. Das haben die nicht, du? Ja, genau. Die sind geschützt. Ja. Ne? Ja, zweite Reihe ist schwierig. Wie bitte? Was haben Sie gerade gesagt? Ob es doch geht? Was haben wir jetzt gemacht, Mensch? Sag mal. Beleidigung, oder? Richtig. Wollen wir uns mal anzeigen lassen hier? Können wir. Rufen wir mal kurz den Peterswagen hier. Das flanken wir hier. Das ist ja unverschämt hier. Da wird mir einfach der Stinkefinger gezeigt. Ja, machen wir Anzeigen, unbekannt. Anzeigen, unbekannt, ne? Okay. Und weiter geht's mit der Ordnungswidrigkeit. Aber darf man auf dem Fußgängerweg nicht fahren mit dem Rad? Nee. Liebst du das öfters, dass die hier den Stinkefinger zeigen? Ja, klar. Das wird der Anzeige gebracht. Guter Anzug. Ich glaube, das ist auch einer von unseren Compan. Das gefällt mir. Das ist schöner als Prana als Gucci. Sehr nice. Bist du auch einen Anzeigen-Hauptmeister hier? Bist du auch einer von denen? Ja. Thank you very much. Gute Männer, ne? Würdest du sagen, ne? Ja. Wie bewertest du sein Look? Gute Uniform. So, wir sind gerade hier Hamburger Steiner. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das hier an, wie wenn du irgendwo in Mexiko wärst? Irgendwie schon, ja. Also ziemlich dreckige Straße. Also ich hab da schon bessere gesehen. Aber irgendwie kommt man sich ja schon nicht mehr wie in Deutschland vor. Ja, das ist hier wirklich, ne? Das kann man sich auch mal kurz anschauen hier, oder? Nö. Nicht? Bin für Fallsparker, ja. Nicht so sowas. Ja, aber das sieht doch im Zyklen aus. Da würde ich mir kurz ne kleine Pause gönnen. Nee. Können wir ein Foto machen? Natürlich. Komm und dann halt so etwas nah, da muss man auch schon, ne? Ja. Kannst du nicht mal so ein Karate-Trick oder so? Wann jetzt einer kommt so, hey du, machst du nicht kurz? Wozu? Nee, das ist nicht notwendig. Echt nicht? Ich kann dir mal zeigen, wie das geht. Dennis, komm mal her. Jetzt. Hey, du bist doch die Anzeigen-Hauptmeister. Hey, das machst du nicht so, das langt hier. Polizei, ey. Das machst du nicht, hast du verstanden? Wir filmen ja bloß. So greifst du mich nicht an. Wir filmen ja bloß. Achso, sorry. Wir machen gerade einen Check. Wir machen kurz einen Check. Wir haben einen Check gemacht. So, es tut mir leid, wir sind fertig. Sorry. Ich glaube, das war wieder einer zu doll hier, ne? Ja. Ich muss da echt vorsichtig sein. Ja, aber immerhin funktioniert die Polizei. Das funktioniert. Übung macht den Meister. Ich dachte, da sind wir gleich in Hubs. Was? Hey, da ist einer am Pinkeln. Das gibt's nicht. Der pinkelt da einfach nicht. Es gibt eine Anzeige. Die Anzeige ist raus. Ich hab nicht auf Beton gepinkelt. Achso, dann passt's. Hä? Der hat nicht auf Beton gepinkelt, dann passt's. Der hat nur die Natur beglückt. Genau. Das ist gut. Das finde ich stark. Sie setzen sich ein für den Klimawandel. Das ist sehr stark. Das gefällt mir. Generell unzulässig. Unzulässig? Ja, generell. Zulässig? Zulässig oder nicht? Was soll ich jetzt machen, ey? In Hamburg ist zulässig. Zulässig. Was machen wir jetzt? Ich bin überfordert, ey. Dann machen wir eine Ausnahme. Behalten Sie den Strafzettel. Behalten Sie das. Schmeißen Sie den weg gleich. Behalten Sie das. Sie haben die Natur beglückt. Komm, wir können weiter. Das war aber asozial, ey. Ja. Das war aber mal richtig asozial, oder? Soll ich den mal ein Ohrlatschen ziehen? Uff, wozu? Nicht? Kannst ja höflich nach dem Namen fragen, falls man sagt. Ja, da reg ich's aber souverent. Das gefällt mir, du. Das machst du wirklich stark. Ja. Keiner. Das glaubt Ihnen keiner, ne? Was sagen Sie zu dem Anzeugung Hauptmeister? Unmöglich. Wie, gut oder schlecht? Schlecht. Wirklich? Er war wahrscheinlich auch so einer in der Schule, der jeden verpetzt hat. Ja, aber Sie haben gerade mit ihm ein Foto gemacht. Ja, weil mir das keiner glaubt. Aber Sie sind ein Fan? Nein, kein Fan. Ich find das wieder, wieder, wiederwärtig. Der hatte wahrscheinlich keinen Sinn im Leben, oder so. Doch. Können Sie überhaupt noch viel schlafen? Was Sie den Leuten antun? Ja, klar. Ja, klar. Alles klar. Okay. Solche Szenen, die wir heute hatten, hast du die auch mit Spiegel-TV gehabt, oder nicht? Nö. Nein? Bei uns ist schon ein bisschen mehr ... Ja, genau. Weil Leon mal schärfen kann, da ist ein bisschen mehr Pulver hinter. Ja. 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 Geh einfach rüber, du. Hä? Du kannst zwischen den Lücken rüber. Willst du jetzt echt warten? Ja, ja, das ist rot. Oh Mensch, ey, da muss man noch ... Kannst du mal ein Auge zudrücken? Nee, das kann ich nicht. Oh Mensch. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Jetzt. Jetzt kann ich kommen, jetzt ist er grün. Ja, jetzt bist du ja mal über rot gegangen, jetzt bist du über rot gegangen. Das haben wir auf der Linse doch. Hier ist rot. Ja. Was ist jetzt rechtlich? Das, was in Laufrichtung ist, und in Laufrichtung hatte ich grün. Da hast du mich aber jetzt. Mal kurz davor, dich aufzuschreiben. Wer bis hierhin geschaut hat, abonniert doch den Kanal für die gute Unterhaltung. Das ist der Nächste. Da wird aufgeschrieben hier. Machen Blick nicht der Linn ab, ne? Ja, halten uns weiter rein. Wir sind sofort weg. Ja. Wir haben noch zwei Minuten. Nee, eigentlich keine Sekunde mehr. Gibst du ab, oder? Ja, ans Ordnungsamt-Gebiet. Ja, natürlich, Alter. Was denken Sie hier, dass wir uns überzeugen können? Ja. Wir lassen uns doch nicht manipulieren hier. Eben. Sehen schon aus wie Brüder, oder? Ja. Guck mal, das gibt's doch nicht schon wieder, Alter. Niklas. Und nach § 118 in Ordnungswidrigkeiten gesetzt, dürfte man das auch auf der Grünfläche nicht. Also generell in der Öffentlichkeit nicht. Das ist auch nicht erlaubt, die Blumen zu gießen. Einfach über den Zugleis pinkeln, das geht. Während ich mit den Leuten am kommunizieren bin, machst du deinen Job straight. Da muss ich wirklich mal Schulterklopfen? Ja. Machst du krass, sehr gut. Wie viele Fotos schießt du so am Tag? Das Rekord war Hildesheim mit 133 oder so was. 133? Ja. Einer statt an einem Tag innerhalb von drei Stunden waren das. 130 und das heißt, jede 18 Minuten ein Foto. Ja, ne, ein bisschen mehr. Hä? Hier ist eigentlich schreckendes Heilsverbot. Wir haben Sie im Blickfeld, mein Lieber. Geben Sie uns fünf Euro, wir sagen nichts. Ich bin allgemein, ich hab kein Geld. Gib mal Geld her, wir geben dir mal kurz ein paar Scheine rein. Ich wünsch dir was so. So was, der Aufforderung gibt fünf Euro, dann können wir es lassen. Das könnte auch eine Amtsermaßung sein, weil das Abstrafen der Ordnungswidrigkeit darf auch nur von einem Amt ausgeführt werden. Könnte ich hierfür eine Anzeige bekommen? Das kommt ganz drauf an. Also wenn der sich denkt, du bist eine Behörde oder sowas, dann kann das Amtsermaßung sein. Noch dazu kommt ja, da es ja auch rechtswidrig ist, könnte unter Umständen auch den Tatbestand der Nötigung erfüllen. Oh, ja, ja. Das wollte ich ja nicht damit verursachen. Würdest du vor Gericht gegen mich auch sagen? Ja, wenn du eine Straftat begehst oder sowas? Eine Dreißiger. Hab ich mir gedacht. Unter Freunden drücken wir mal ein Auge zu. Ja. Das Schild ist auch hier wieder am Wackeln, ne? Was ist das denn hier jetzt wieder? Das ist nicht mal gültig, es gelten bloß noch die, die sichtbar sind. Die Stadt hat hier ein bisschen wieder versagt, ne? Und wie lange machst du das eigentlich schon auf der Straße? So circa drei Jahre. Drei Jahre? Hast du mal gezählt, wie viele Ordnungswidrigkeiten du rausgeschickt hast? Letztes Jahr 4.247. What the fucks, ey? Na, auf meiner Facebook-Seite gibt es eine Jahresstatistik vom letzten Jahr. Und willst du die von Jahr zu Jahr toppen? Ja. Also findest du nicht, dafür musstest du honoriert werden? Würde mir ja gut gefallen. Ja, ja. Das finde ich auch. Aber ich kriege mein Honorar halt anders, von anderen Institutionen. Kann man mal fragen, welche so? Naja, wenn ich jetzt mittlerweile immer öfter halt mit der Kamera begleitet werde bei meinen Knöllchentouren, kriege ich halt mein Honorar von der Agentur, die mit mir dreht. Was nimmst du so für einen Insta-Story-Post? Von bis 1.000 Euro? Ja. 5.000 Euro? Ja, pro 1.000 Nutzer gibt es doch hier diese 20-Euro-Marke. Krass, stark. Ja. Bist gut und bist günstig. Ja. Und günstig. Anzeigenhauptmeister, das hier ist die Alster in Hamburg, ne? Das ist bekannt dafür, dass jeder zweite hier mal reinwickelt, ne? Aha. Und dann gibt es halt Leute, die dann reinspringen und dann das Wasser gurgeln, ne? So geil. So geil. Soll Glück bringen. Meine Ohren pfeift der Wind so rein. Ist das so eine Taucherhaube? Fahrradhelmmütze. Fahrradhelmmütze, ja. Interessant. Da hat einer einfach aus dem Auto verpiss dich geschrien. Wir bleiben unserem Standpunkt treu. Na klar. Egal was passiert, ich werde immer weitermachen. Mit gar nichts kann man mich aufhalten. Du bist sehr fokussiert. Du bist sehr ehrgeizig. Genau. Mit nichts und niemand wird man mich irgendwie aufhalten können. Und das haben schon einige versucht, mich aufzuhalten. Aber alle erfüllt es. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Der Vorfall, der in der Presse war. Das habe ich nicht mitbekommen. Naja, das ist halt eben der Hand ausgerutscht. Das ist ein Fußballfan. Nee, der wollte dich reinschubsen? Ja, nee, der ist halt der Hand ausgerutscht im Zug. Nee, der hat ja eine geknallt. Ja, richtig. Ja, und solche Fälle gab es halt auch öfters. Kann ich dir mal kurz was zeigen? Also. Kannst du mal ein Fahrrad kurz abstellen? Ja. Mach mal hier rein. Boxen. Box mal rein. Und jetzt rechts. Deckung ein bisschen? Mhm. Deckung? Ja. Ja, sehr gut. Wenn einer kommt, dass du da mal auch weißt. Ja. Notwehr. Links, rechts. Links, rechts. Passt haben wir es. Es gibt links, rechts. Und drei. Drei. Kick. Links, rechts. Drei. Links, rechts. Drei. Vier. Aha. Fünf, Knie. Super. Sechs, Hintern. Passt. Komm mal rein so, ne? Ja. Aber man weiß es ja nie, ne? Ja. Wenn man in Lebensgefahr ist, muss man schon mal links, rechts, drei, vier, fünf, sechs. Was machst du, wenn du dich erwischst, dass du über Rot gegangen bist? Als Beispiel. Nimm wir mal an. Du hast in dem Moment geträumt, gehst aber über Rot. Würdest du dich selber anzeigen? Dann würdest du dann selber zur Polizei gehen und sagen? Du würdest dann in dein Auge zudrücken? Bei mir ja. Du kleiner Schlingel, ich wusste doch, dass du da irgendwo auch mal ein bisschen die Schattenseiten in dir hast. Ich würde die Lebensgefahr dabei erst gar nicht begehen. Aber vielleicht. Nein. Vielleicht. Nein. Vielleicht. Vielleicht. Ja. Ja. Was sagst du dazu, Niklas? Die reizende Dame will ein Foto mit dir. Freut dich das? Kann sie haben. Finden sie erst einen reizender Herr? Sie auch. Ich auch. Würden sie ihn daten? Wollen sie mich mit aufs Foto machen? Ja. Super. Ich kann ihn ja mal auf Instagram schreiben. Bist du Single eigentlich, Niklas? Ja. Weil das ist günstiger und kostet Sportzeit. Die Dame, die ist glaube ich, da brauchst du nicht viel Geld ausgeben. Gucci-Tasche oder sowas? Aber viel Zeit. Was würdest du so einer zückenden Dame zum Geburtstag schenken? Äh, keine Ahnung. Ich finde ein Geinshals, ein riesengroßer. Echt, ne? Ja, das ist echt so. Also ein Lolli. Ja. Passt das? Super. Super, ja. Danke. Vielen Dank, ne? Viel Spaß, ne? Ja. Hier, hier, hier. Hast du das gerade gesehen, Alter? Das war ein Zeitlicher Lob. Ja. Das war ein bisschen mehr als normal. Köstet mir aber trotzdem zu viel Geld und zu viel Zeit. Echt, ne? Gibt's denn Probleme? Nein, es gibt keine Probleme. Machen Sie Strafe und so, ne? Dann fahren Sie weiter jetzt. Wollen Sie hier jetzt gerade ... Sie halten den Verkehr auf. Sie halten den Verkehr aus. Nee, das bin ich nicht. Hamburg. Hamburg. Ja. Hamburg. Deswegen gehst du da und schreibst die Strafe da, okay? Jungs, bitte. Bitte, Jungs, jetzt. Verstehst du mich? Wir wollen doch keinen Stress jetzt hier, Mensch. Ich wollte auch keinen Stress. Okay. Weißt du, warum? Warum? Schreib zur Strafe und rufst du immer Polizei an. Schöne Uhr hast du, schöne Uhr. Ist die Jacke original? Nein, nicht so. Bis dahin. Geil. Ciao. Fahrt weiter jetzt, fahrt weiter. Das ist kurz vor dem Eskerin gewesen, oder? Ja. Hast du die Spannung gemerkt? Ja. Das war so, fast das Ruder ist abgerissen. Das ist alter. Mein lieber Scholli, Alter. Da geht's fast auch einen auf die Nuss. Also das heißt, eine Frau wäre dir zu teuer. Wir wollen auch mal wissen, was steckt hinter den Anzeigenhauptmeister. Auf welche Frauen steht der? Welcher Typ von Frauen? Also der Anzeigenhauptmeister ist auf jeden Fall ein riesengroßer Geiz. Das muss man wissen. Also Pfennigfuchs. Oh ja, definitiv. Aber Typ Frau wäre braun, blond? Nee, gar nichts. Ach, das auch nicht. Am liebsten gar nichts, weil das kostet alles Geld. Tätowiert? Auch nicht, gar nichts. Weil ich drehe jeden Cent dreimal um, trotzdem ich stinkreich bin. Bist du reich? Ja. Nee. Ja? Du bist reich, Alter. Ja, also ich würde es zumindest als reich bezeichnen. Also ich kann mir leisten, was ich will. Okay, das ist reich. Naja, also ich bin so geizig, wenn ich mal an der öffentlichen Toilette vorbeikomme, dass ich da kostenlose Klopapier mitnehme. Du klaust Toilettenpapier, Alter. Nee, das glaube ich, das glaube ich ja nicht. Das ist Diebstahl. Nee, das ist ja zu der Eigenbenutzung. Aber wenn du es mit rausnimmst und nicht drinnen abspielst, dann ist es Diebstahl, also da kannst du mir sonst was erzählen. Da habe ich die Gesetzesordnung schon im Kopf. Du nimmst es mit raus. Aha. Oder? Kann man schon als Diebstahl sehen. Wollen wir es lieber rausschneiden? Nö. Ja, lieber rausschneiden. Okay. Lassen wir mal drinnen. Kannst du mir mal 100 Euro leihen? Nee. Nee, definitiv nicht. Echt nicht? Wenn ich jetzt 200 Euro in die Vorkasse bekomme, dann kann ich... Du kleiner Fuchs. Das ist ein kleiner Trickbetrieger. Wollen wir denn weiter? Ach so, du machst hier jetzt. Genau. Was ist jetzt wieder? Der da hinten, ne? Guck mal, die Autos kommen nicht mal durch. Ihr Mensch. Wie viel hat man da jetzt wieder rausgeholt? 5 Euro. 5 Euro, Alter. Kann man doch nicht mehr machen. Die Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge haben einen, das ist theoretisch eigentlich noch gewährleistet, weil die Fahrzeuge sind ja durchgekommen. So ein Feuerwehrfahrzeug ist natürlich ein bisschen breiter. Das könnte man natürlich wirklich machen. Ich passe auf den heiligen Drahtesel auf. Auf den Moment haben wir alle lang gewartet. Ja. Guck mal, der kommt auch fast nicht durch, der Kollege. Ja, Durchfahrt für Rettungsfahrzeuge haben einen, das nicht sicher gewährleistet. Eindeutig. Jetzt lass ich mal auf seinem Fahrradsessel einfahren. Auf den allerechten Main-Character. Sein Fahrradsessel. Das ist so 2,80 Meter. Also ein 2,55 Meter breiter Rettungsfahrer würde durchpassen, aber wird halt massiv behindert. Von daher fahren wir an einer engen Straßenstelle mit Behinderung. Da müssten theoretisch eigentlich 100 und ein Punkt sind. 100 und ein Punkt? Das sind 5 Köpfe bei Book of Fahr. Da haben wir uns gerade den Jackpot geknackt. Das sind 100 Euro. Du hast aus 5 Euro 100 Euro gemacht. Das ist die starke Leistung. 105. Alter mein. Die 5 kommen noch dazu. 2,55 Meter breite Rettungsfahrer können sie da jetzt nicht mit Vollgas durchfahren. Welchen Schulabschluss hast du eigentlich? Hauptschule. Hauptschul? Ja. Du hast ganz schön viel rein für eine Hauptschule. Ja, also theoretisch meine Lehrer, die haben gesagt, die könnten auch Realschulabschluss machen. Ich habe theoretisch auch Abitur, aber mein Motto ist bis zum Ziel und kein Schritt weiter. Echt? Ja. Ich brauche keine Realschule, ich brauche kein Abitur. Frag mich doch mal, was ich habe. Was hast du denn? Förderschulfachabschluss. Aha. Ja. So viel im Kopf. Darf ich? Ja. Konstantin mein Name. Ja, Anzeigenhauptmeister. Ich bin sehr froh, dass es gibt solche Menschen. Echt? Ja. Das ist auch mal gut zu hören. Er hat dich aber aufgeschrieben, ne? Super. Ja. Manchmal muss man doch mal einen Ansammel machen. Aha. Unten habe ich noch eine Tischpakette. Hier der Porsche, ne? Richtig. Der Porsche-Fahrer, der dachte, der hat das Geld flüssig, ne? Richtig. Aber auch der darf nicht falsch parken, ne? Und schon gar nicht die Tischpakette ablaufen lassen. Was kriegt man dafür? 40 Euro für das eingeschränkte Haltverbot für das 15 Euro. Macht 55 Euro Gesamtsumme. Da hast du mal wieder einen rausgeholt. Weil hier das Radding da, das wurde ja gerade behindert. Achtest du auf deine Ernährung aktuell? Machst du Fitness? Bisschen. Hier kann man einen Zollstock nehmen und vermessen. Ja, okay. Aber Ernährung, was isst du so? Was isst du dein Hinblingsessen? Alles außer Gemüse. Echt jetzt? Also auch sehr gesund? Gemüse ist zu gesund. Ja, Döner, Big Mick. Nicht? Shisha raust du? Nein. Guckst du eigentlich Schlawiner-Videos? Nein. Auch nicht? Kostet Zeit, kostet Nerven. Also nein. Mein lieber Scholli, Alter. Du bist echt ein Übermensch. Das muss ich mal sagen. Ja, natürlich. Was ich komplett im Griff. Wie lässt du deinen Druck raus? Druck? Was für ein Druck? Druck im Kopf. Ich hab ja auch keinen Druck. Kennst du 5 gegen Willi, bis einer kotzt? Kenn ich nicht. Jetzt wird gearbeitet, ne? Ja, jetzt wird gearbeitet. Super. Das gilt ja bisher her, das eingeschränkte Haltverbot. Also kann man das hier markieren. Markiert wird auch noch hier. Ja. Ja, jetzt muss ich natürlich vermessen, wie weit steht da drin. Ja. Ui. Machst du im Pythagoras jetzt oder wie? Ja. Das heißt, bisher her. Also der parkt so viel im eingeschränkten Haltverbot. 25 Euro. Durchschnittlich Umsatz? Wie viel machst du da so? Ab Tag? Unterschiedlich. Sag mal ungefähr, was denkst du so? Am Tag? Ja, das kommt ganz auf der Stadt drauf an. Das kommt ja auch immer auf das Vergehen drauf an. Habe ich jetzt in einer Stadt viele Gewichtbarke? Habe ich jetzt in einer Stadt viele Liebbarke? Habe ich jetzt in einer Stadt viele Liebbarke? Aber so der Durchschnitt, der Durchschnitt. Kann man sagen, vielleicht 1.000 am Tag. Und was? Also ich hab letztes Jahr... Du warst ein 30er im Monat, Alter. Umsatz, Alter. Für den Start. Ja, ich habe letztes Jahr 140.995 Euro nach Bußgeldkatalog erwirtschaftet. Mein lieber Scholli, Alter. Und das kannst du ja auf 365 Euro aufteilen. Ah ja, das ist ja mal was... Das ist mal was ordentlich. Das ist eine kleine Hütte. Da kannst du Import-Export nach Kolumbien machen, Alter. Mit Schnee. 25 Euroen. Hier. Super. Also ich würde meine Finger von anderen Autos lassen. Echt? Würde ich nicht anfassen. Naja, nachher sagt er, der Scheibenwischer ist kaputt oder sowas. Einmal nur über Rot. Komm jetzt. Nö. Komm nur einmal, Junge. Nee. Er gibt dir auch 100 Euro. Nee. Wenn du jetzt über Rot gehst, 500 Euro. 1.000 Euro beim Cash, Junge. Das machst du nicht? Geht er über Grün. Jetzt vorbei. Die Lapp geschlossen. Will er nicht. Hast du mal eine Ausnahme gemacht, wo du gesagt hast, lösch ich? Echt nicht? Nee. Oh. Ah. Anzeige. Aha. Ich bin über dein Ding gestolpert. Du hast mich überfahren. Echt? Nehmen wir mal an, ne? Ja. Deine Mutter hat falsch geparkt. Ja. Und du siehst das. Ja. Gerade so, wie du da stehst. Mit Beib und Seele. Ja. Was machst du dann? Anzeige erstatten. Gegen deine Mutter? Ja, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Das ist meine Männlichkeit hier. Kein Spitz, kein Witz. Das ist kein Witz. Vor dem Gesetz ist jeder gleich. Und wenn deine Mutter weint und sagt, bitte gib mir die Chance, lösch es, dann kann man doch. Nö. Nein, vor dem Gesetz ist jeder gleich. Alter, du bist ein knallhalter Richter, Junge. Alter, Alter, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ja, du hast Zeit. Ey. Grüße mal. Scheiße. Du hast die Hunde hochgehoben? Niklas, komm mal her, wir brauchen deine Hilfe. Niklas. War das der Wind hier, oder was? Ja, der Wind kam und dann hat er mich weggedrückt, damit ich gegen den Ding zu gehen. Wo war dein Einsatzhalter? Da machst du deine Finger nicht schmutzig, oder was? Läufst du nicht hinterher? Hilfst du nicht? Was? Hilfst du in solchen Momenten nicht? Ich bin doch hingehoben. Hast du das Team mitgebracht hier, oder was? Ja. Ja, grüß dich. Hallo. Mahlzeit, hey. Hi, na, alles gut. In Hamburg heute mal. Ja. Nur heute, oder? Nur heute. Was halten Sie denn von Ihrem Einsatz? Ja. Also übertrieben. Aber unterhaltsam. Was? Foto machen zusammen? Kann ich ja schießen von euch. Ciao. War witzig? Ja. Dann frohe Schaffen. Ja. Dankeschön. Ciao, ciao. So, also Niklas, das war's auf jeden Fall mit dem Video, ne? Ja. Ich würde sagen, das war wirklich unterhaltsam. Hättest du Bock auf den zweiten Teil? Aber dann in eine andere Stadt? Ja, sicher. Mal gucken. Kann ich mich ein bisschen daneben benommen manchmal? Hm, manchmal ein bisschen, aber eigentlich in Ordnung. Das kann ich dir von dir auch aus zurückgeben. Ja. Du bist echt ein guter, herzhafter. Achso, ich dachte wir sagen so, Verabschiedung. Bei uns macht man so links, rechts kurz. Tschüss. Ciao. Achso, bei uns hat man so Tschüss. Achso. Ja, oder wir können auch so Tschüss sagen. Ja, so. Ey Niklas, war ein geiles Video, hat Spaß gemacht, ne? Leute, checkt Niklas ab. Ja. Auch nochmal unten verlinkt. Digga, machst du auch eigentlich YouTube? Kommt noch. Kommt noch, YouTube? Ja. Einfach oben verlinkt oder auch Instagram. Ja. Und für den zweiten Teil, gib mal, wie viel Daumen hoch sollen die geben? So viel wie geht. Gib mal 30.000 Daumen hoch. Für 30.000 Daumen hoch machen wir vielleicht einen zweiten Teil. Vielleicht auch mal mit der Polizei dann, ne? Ja, genau. Das wär geil, Digga. Nächster Teil mit der Polizei. Zweiter Teil, Digga. Ja. Mal schauen, wie wir das denn mitkommen. Mhm. Mir immer stabil, ne? Dov